Ja, wir machen zwei Sätze, ja? Ich brauche noch was mit Essen. Die Revanche, ne? Die kommt wieder auf YouTube. Ja, diesmal habe ich Heimkopf. Hast du schon ein paar Mal geübt hier. Aber diesmal bin ich im ersten Satz vorgegangen. Wir waren direkt im Schweizer. Vielen Dank! mit der Ecke Ja, schön! Ah, dann beide da sind die Ecke und die Ecke die Ecke auch die Ecke und die Ecke und die Ecke und die Ecke und die Ecke Was ist das, Alter? Letzter Satz. Nein! ... ... ... ... ... Das ist ein sehr guter Wettbewerb, aber es ist ein sehr guter Wettbewerb. Der hat erst den Spaß gemacht. Ah, zurück! Nein, ich stehe. Akku leer. Oh, der Wünsch. Nein. Hast du eine Analyse gemacht? Ja, doch auf jeden Fall. Auch als ich. Nice. Nice, nice, nice. Das kann ich. Ist das dein erster Satzverlust? Eins, ja. Eins ist so ein. Was willst du gerade? Ich war nicht saumüde. Danke. Ich war froh dem da. Ja. Ja, darum bist du hier. Onkel ist dein Chef, ne? Meinst du, der fetzt nicht? Und das auch. Oh. 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 Oh.